Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich habe mal gerade das Team der Woche aufgemacht und bin fast vom Stuhl gefallen. Ich habe gedacht, es ist diese Woche nur Schrott drin, weil ja keine Ligaspiele waren. Aber EA hat mich sehr, sehr überrascht. Hier seht ihr auch schon die Highlights auf den ersten Blick. Eto'o ist dabei, Higuain, Schweinsteiger und Loris Loro, wie auch immer er heißt. Das sind natürlich vier Hammerspieler, die jeder gerne haben möchte. Und ich zeige euch jetzt mal den Rest. So Freunde, hier haben wir die Übersicht. Und ja, die vier Bekannten seht ihr ja schon hier auf dem Feld. Farfan ist auch noch dabei. Ist natürlich auch ein schöner Spieler auf der rechten Seite. Mal gucken, was der kosten wird letztendlich. Aber fangen wir mal ganz vorne an. So, und zwar haben wir hier als erstes den guten Kollegen von den Spurs. Mit 92 Hechten, 92 Reflexen wird er sicherlich sehr begehrt sein. 87 Ballsicherheit, 87 Positionen. Der war ja eh schon ziemlich gut, sage ich mal. Wenn nicht sogar der Beste in der Barclays League, soweit ich weiß. Gehen wir weiter in die rechte Verteidigung. Da haben wir Jan Maat von Feinort. Den Kollegen kenne ich gar nicht. Hat aber ganz ordentliche Werte eigentlich für einen Außenverteidiger. Viele wollen natürlich auch noch einen schnellen Außenverteidiger haben. Darum ist vielleicht das Tempo nicht ganz optimal. Aber Verteidigung und Passen ist ganz okay. Dribbeln mit 75 auch. Ja, haben wir hier noch den Kehr von Wolfsburg. Hat es auch ins Team der Woche geschafft. 83 Verteidigung, 80 Kopfball. Joa, stabiler Innenverteidiger. Ich denke mal, der wird allerdings nicht wirklich viel wert sein. Ja, der Baines, linker Verteidiger. 80 Tempo, 82 Pass. Der wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wert sein. Hat auch noch 80 Verteidigung. Eigentlich optimal auf der linken Seite. Wenn er noch ein bisschen schneller wäre, wäre es für die ganzen Pace-Huhen natürlich noch besser. Aber ich denke, mit 80 kommt man auch gut über die Runden. Ja, da ist er, Werfer-Fun. 91 Tempo, 81 Schuss, 83 Pass. Das wird ganz schön eng mit dem Robben auf der Seite. Natürlich mit dem normalen Robben. Das wird eine echte Alternative werden. Mal gucken, was der Kosten wird letztendlich. Ja, der Schweinsteiger. Defensives Mittelfeld, da ist er. 81 Verteidigung. 83 Dribbeln, 84 Schuss, 87 Pass, 75 Kopfball. Das ist eigentlich echt ein Allround-Talent. Wenn hier noch eine 80 stehen würde, wenn du beim Tempo wärst, der Hammer. Aber super Karte. Der wird richtig teuer werden. Dann haben wir hier Valguena von Marseille. 85 Tempo, 76 Schuss, 84 Pass. 85 Dribbeln. Auch ein rechter Mittelfeldspieler. Der wird wahrscheinlich auch sehr, sehr teuer werden. Dann haben wir hier den Siergorson. Der war ja, glaube ich, schon mal in Form. Ich glaube, ich habe sogar noch eins bei. Oh, da habe ich die alle schon verkauft. Oh, oh, oh. Ich hoffe mal, die sind alle weg. 86 Schuss. Und, ja, das war es auch schon. 78 Pass ist natürlich auch nicht verkehrt. Und 74 Tempo. Aber nicht deutlich überragend. So, dann haben wir hier. Piet Räuper haben wir noch. Als rechten Flügelspieler. 93 Tempo, 70 Schuss, 76 Pass, 83 Dribbeln. Ja, Tempo ist natürlich der Hammer. Aber, ich muss sagen, 70 Schuss finde ich eigentlich ein bisschen wenig. Naja, der wird sicherlich auch seinen Abnehmer finden. Ja, dann haben wir hier den Eto. Der ist, ja, seht ihr selber. 91 Tempo, 85 Dribbeln, 85 Schuss, 78 Kopf, weil der Kollege wird teuer werden. Obwohl er in der russischen Liga ist. Und dann haben wir hier noch den Higuain. 80 Tempo, 86 Schuss, 85 Dribbeln, 77 Kopf, weil 79 passen. Der wird sicherlich auch einiges kosten. Ja, dann kommen wir schon zur Ersatzbank. Russische Liga, Pletioska, ordentliche Werte. 77 Hechten, 76 Reflexe, 74 Ballsicherheit, 81 Positionen, 73 Abstoß. Für den Silbertorwart, sehr gut. Wandsack haben wir hier noch. Er spielt bei Sion. Rechter Verteidiger, 75 Verteidigung, 87 Kopfball. Ja gut, für den Außen finde ich jetzt 87 Kopfball nicht unbedingt wichtig. Da sind wahrscheinlich Passen und Tempo ein bisschen interessanter. Aber 75 Verteidigung ist okay. Aber das Tempo geht mal gar nicht, finde ich, für den Außenverteidiger. Dann kommen wir hier zum rechten Mittelfeld. Oh, polnische Liga, war das auch schon mal? Hui, bin ich überrascht. 82 Tempo, 72 Schuss, 74 Dribbeln. Ja, für Silber ist das okay. Allerdings denke ich mal, den wird kaum einer kaufen. Denn erstmal Bulgare und dann polnische Liga wird eng. Ja, ganz anders wird es wahrscheinlich mit ihm hier aussehen. Spielt ja hier bei Real Madrid-Castilla. 86 Tempo, 85 Dribbeln, 72 Schuss. Das sind mal gute Werte für einen linken Mittelfeldspieler. Und der hat auch noch 68 Pass. Da geht was. Dann haben wir Polvarino von der österreichischen Liga. Oh, auch mal dabei. 61 Tempo, 68 Dribbeln, 56 Schuss. Naja. Nehmen wir mal so hin. Ja, Pucki, der hat sich wohl verdient. 86 Tempo, 76 Dribbeln, 73 Schuss, 69 Kopfball. Für den Silberspieler ganz ordentliche Werte. Vor allen Dingen Tempo, Schuss, Dribbeln. Sticht hier natürlich hervor. So, dann haben wir hier Ben Bazar. Wo spielt der bei Toulouse? 76 Tempo, 75 Schuss, 70 Dribbeln, 65 Kopfball, 63 Passen. Joa. Gut, für den Silberspieler. Und das war es auch schon. Das ist das Team der Woche, Freunde. Ab 19 Uhr geht es los. Und ich denke mal, da werden sehr, sehr viele Packs gezogen werden. Denn da sind einige Raketen bei hier. Und wenn ich gut drauf bin, ziehe ich vielleicht auch mal eins. Gut, Freunde, das ist das Team der Woche. Ihr habt es gesehen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal.